Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich heiße Biljana Stojković. Ich bin die Frau von Nikola Stojković. Ich gehe jetzt nach Belgrad und reiche Beschwerde ein. Diese Beschwerde kannst du dir für mich schreiben. Und an wen soll die gehen? An den Minister. Wo willst du eigentlich hin? Nach Belgrad. Zu Fuß. Ja. Sie wünschen? Ich helfe gern. Na seid ihr endlich. Hey. Papa, wann kommst du uns denn abholen? Lasst ihn in Ruhe! Ich will meine Kinder sehen. Ausgemacht war heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020